Hallo Leute, hier ist wieder euer Mario Kart und willkommen zurück zu einem neuen Part Kaiser Mario Galaxy 2 mit Rainbow Stars. Wir gehen in die Schwerkraft K aus der Galaxie. Und ich nehme das Intro jetzt schon zum zweiten Mal auf, weil als ich gerade eben hier den Stern versucht hatte, ich kam nicht dran. Ich habe ihn anscheinend irgendwie nochmal gemoven, nachdem ich das das eine Mal eingesammelt hatte. Und dann war er jetzt auf einmal zu weit weg. Deswegen muss ich ihn jetzt erstmal wieder näher ranmoven. Und jetzt soll es auch möglich sein. So, jetzt hat man auch schon einen Stern. Und zwar ist er hier unten. Mario, bitte lauf runter, danke. Ja, okay. Jetzt ist er möglich, yay. So soll das eigentlich vorhin schon aussehen. Ich finde es auch super, dass man keinen einzigen Regenbogenstern im Intro sehen oder hören kann. Ähm, ich wollte doch vorher mal hier, hier unten auf dem Bauklotz drauf, äh, einen Regenbogenstern platzieren. Aber das ist viel zu janky, da hinzukommen, da hatte ich keinen Bock drauf. Ja gut, was tue ich denn? Egal. Und zwar kann man hier hoch. Ich finde es auch super, dass hier noch alles Kollision hat, so. Na, das hier nicht mehr. Oh ja. Let's go. So. Der letzte Regenbogenstern ist hier in der Ecke. Und denkt man so, ja, man kann sich da einfach rein droppen. Nö. Nö. Ich hab hier nur eine schware Wand hingemacht. So, man kann hier stehen bleiben. Einfach rückwärts alto rein. Die Wand haken. Und fertig. Auf geht's in die Wartewolken-Galaxie mit Regenbogenstern 1. Okay, man kann einen hören, aber keinen sehen. So, hier gibt's auch wieder Checkpoints. Yay. So. Ja, wow. Ich bin jetzt hier. Bis zum nächsten Mal. Ja, da ist der zweite Regenwohnstern. Ja, ich mache erstmal den Scheißblock kaputt. Aber das ist kein Problem für mich. Ja, der Grund, warum ich den Regenwohnstern an der Schule hole, ist, weil ich da halt noch nie drankomme. Dafür gibt es einen Power-Up da vorne. Okay, ich hätte legit nicht gedacht, dass ich das noch so gut drauf habe, dass ich das gerade wirklich first try schaffe, Alter. So, das wird sich jetzt gleich sehr interessant anhören. Let's go. First try. So, jetzt fragt man sich natürlich, ja, wie, wo soll der denn dritte Regenwohnstern sein? Hm, kannst du nicht weiterkommen als Star-Garn zum Ende. Genau, deswegen muss man jetzt auch hier zum Sequel-Star. Und hier der Regenwohnstern ist auch richtig fies, oder? Also, wenn ich da richtig fies, dann meint er richtig fies. So, und zwar, äh, ja. Ja, seht selbst. Darfst jetzt nicht den normalen Stern einsammeln, sondern... musst jetzt nach hinten zum Regenwohnstern. Dann passiert lieber das hier, als dass du den Stern einsammelst. Ja, moin, hallo, stopp, Mario! Let's go! Second try. Und damit bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr auch so gerne, like da und vielleicht sogar ein Abo. Und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao! Bis dann!